Ich glaube, mein Item ist jetzt zu leer. Ich glaube, ich bringe mich einfach mal komplett um. Woher habe ich eigentlich einen E-Tank? Den hätte ich ja beim Boss benutzen können. Hä? Woher habe ich den? Ach ja! Fuck! Okay, dann beschwere ich mich überhaupt nicht mehr über den Boss, weil dann ist der Boss eigentlich ganz gut möglich. Sogar ohne Safe-Safe-Abusing. Meine Fresse, ich hätte ja einen E-Tank schlucken können. Sorry, Final. Das war blöd von mir. Okay, völlig verges... Ich war schon so darauf eingestellt, dass ich in diesem Hack einfach keine E-Tanks kriege, dass ich gar nicht mehr realisiert habe, dass ich einen eingesammelt habe. So. Hier ist erst mal mein Game-Over-Safe-State. Okay. Triff mich mal. Ach, verdammt. Na gut, dann machen wir es halt mit Item 3. Oh. Na ja. Kann ich jetzt direkt wieder aufladen. Die meisten Sprenger sind nicht mal so gefährlich gerade, dass ich da unbedingt Safe-Sits nutzen möchte. Aber hier möchte ich in Safe-Sits sitzen. So. Dort auch. Okay. Ja. Hallo, Fischi. Oh mein Gott. Safe-State Nummer 2 für diese Stage. Aufgrund von... Aufgrund von... Genau dem. Spike Fall. Den Overload Spike Fall hast du ja... Hast du ja hier glitcht, obwohl es nicht für glitch ausgelegt ist. Also muss ich... Und hier wird zu glitch verlangt. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß. Wow, warum auch immer ich die Crash-Bombe jetzt ausgerüstet habe. Aber es ist mir egal. Hauptsache, der glitch funktioniert. Oh, ist das ein Scheiß. Meine Fresse. Oh mein Gott. Du hast den Overload Spike Fall noch gar nicht gemacht. Da kannst du dich schon nicht schon für rächen. Das ist... Und vor allem hast du den Overload Spike Fall dir viel zu leicht gemacht. Ach, komm schon. Ja, stimmt ja. Da war ja was. Oh, ist das ein Scheiß. Ich will da jetzt aber nicht mehrere Saves nutzen für diesen Spike Fall. Okay. Sag mal, war es das langsamer? Ach du Scheiß. Das hört nicht auf. Okay. Jetzt nach rechts ziehen. Das war ja sowas von klar. Oh, meine Fresse. Oh, scheiße. Danke sehr. It's boss time. Letzter Save-State. Für den ich den dieser Stage setzen werde. Nichts verändert, wie es aussieht. Das macht den Boss natürlich jetzt ultra leicht. Okay. Puh. So, jetzt kommt noch die Troll-Stage. Da erwarte ich ja Großes von dir, Final. Großes. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass du dich dafür Remix total rächen willst. Okay. Game over, Save-State. Hier ist Loch, oder? Nein? Wow. Ernsthaft nicht? Oha. Okay, mal sehen, ob ich die Löcher erkennen kann, anhand schlechten Level-Designs. Na, das schafft mich nicht. Aber wie es aussieht, könnte ich vielleicht an das Leben rankommen. So, hier sieht's nicht nach Loch aus. Naja, hier auch noch nicht. Ach, komm schon. Lass mich da hoch. Alter, wie soll das gehen? Oh, ist das ein Scheiß. Nee. Jetzt mich verarschen. Flash, Mann. Flash, Mann. So. Ah ja, natürlich. So, können wir durchaus hier folgen? Okay. Ist hier eigentlich auch ein Loch? Das würde mich jetzt interessieren. Nee. Gut. Block, block. Okay, das soll ein Item-1-State sein. Ich sitze hier in Save-State. Genau deswegen. Stille erinnert mich voll an den Drachen. Oha, die Blöcke da oben sind durchlässig. Das könnte bedeuten, dass... Das sind keine Stacheln. Das weiß ich ja. Ähm, da oben sind auch keine Stacheln. Ähm, da oben sind auch keine Stacheln. Nachdem ich jetzt mein Item-1-State total verschwendet habe. Werde ich wahrscheinlich gleich ein Save-State laden. So, beide sind... Ja? Oh, was mache ich denn? Oh, was? Komm schon. Das könnte mir nicht... Das könnte ganz mir nicht sagen, dass ich da jetzt nicht stoben bin. Scheiß Stacheln, ey. Hitboxen sind für den Arsch. So. Und rüber. Ja, ich weiß. Du bist auf einer halben Leiter verglitscht. Diesen Klitsch kenne ich auch aus Mega Man 2. Allerdings kann man keinen Nutzen daraus ziehen, soweit ich weiß. So. Gut. Hep, hep. Wo ist das Loch? Keins. Ich hasse es nicht, dass du so wenig Löcher eingebaut hast. Hm. Ach du Scheiße. Ähm. Wie viel Leben habe ich? Zwei. Oh. Da ich aus verlässlichen Quellen schon weiß, dass ich bei diesem Boss zwei Leben brauche, werde ich jetzt... Ein paar mehr Saves jetzt machen. Wenn ich schon solche Stellen hier sehe. Oh komm. Das ist lächerlich. Wow. 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 Mann. So. Fuck it. Treffen lassen. Das ist, glaube ich, das Klügste. Gut. Okay. Ich bin tot. Alter, lass dich doch einfach fallen. Ich hasse mein Gamepad manchmal einfach. Klettert hoch, klettert runter. Aber anstatt einfach fallen zu lassen, das... Das kann er nicht. So. Item 3. Okay. 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 Das ist ein Item 2-Stelle. Wow. Was ein Raum. Ich frage mich, wie du die Plattform rausgenommen hast. Sind das Items? Ich wisse es gar nicht mehr. Okay. So. Geht doch. Das sieht ziemlich normal aus. Mit einer Ausnahme. So. Draußen ist gerade Gehupe. Ach du Scheiße. Ist jetzt hier auch mal ein Save-Stage. Ich weiß nicht mehr, wie viele Saves jetzt ich in dieser Stage-Shop bleiben werde, da ich keine Ahnung mehr habe, wie viele ich jetzt schon gesetzt habe. Ich zähle nicht mehr mit. Okay. Na, das habe ich mir schon gedacht. Ich frage mich ja halt, ob das hier eine durchlässige Plattform ist. Ist es nicht. So. Dann ist jetzt nur die Preisfrage. Was soll ich da unten tun? Super. Oh, Mann. Oh, Mann. So. So. Ich weiß, was ich da unten tun kann. Oh, Mann. Oh, Mann. Da bin ich ja nicht gleich drauf gekommen. So. Oh.